Kaufstar präsentiert die waschbaren Kuscheltierkissen Schnuffi, Willi und Pünktchen. Kuscheltiere und Kissen in einem. Hallo, wir sind Pünktchen, Schnuffi und Willi. Drei Kuscheltierkissen zum Spielen, Schlafen und Liebhaben. Es gibt uns als Hund, Marienkäfer und knuffige Biene. Und wir sind nicht nur extra weiche Kuscheltiere zum Knuddeln, sondern in uns steckt noch viel mehr. Mit einem Klettband, das an der unteren Innenseite befestigt ist, können wir uns im Handumdrehen in ein herrlich weiches Kissen verwandeln. Also Kuscheltier und Kissen in einem. Besonders praktisch ist auch, dass sich unser Klettband abdecken lässt, sodass sich beim Draufliegen keine Haare darin verfangen können. Natürlich sind wir ganz einfach waschbar. Wir Kuscheltierkissen sind ganz tolle Geschenke und sorgen zum Beispiel auf Reisen oder im Auto für Spaß und Ablenkung. Und für ein gemütliches Nickerchen zwischendurch. Auch die Großen werden von uns begeistert sein. Kuscheltierkissen, Schnuffi, Willi und Pünktchen. Zum Spielen, Schlafen und Liebhaben. Hier erhältlich. Kuscheltierkissen, Schnuffi, Willi und Pünktchen.